Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Minecraft Skyblock. Immer noch ohne Flow. Das lag gerade noch ein bisschen, weil ich gerade erst auf dem Server wieder gejoint bin. Ja, ich habe hier ein bisschen Erde gefarmt. Und auch noch ein bisschen Sand unten. Und, ups. Ähm, ja, unser Auftrag ist es jetzt erstmal, noch ein wenig die Farm unten auszubauen. Äh, was habe ich hier? Weizen, okay. Habe ich da Weizen? So, wahrscheinlich durchs Farm noch. Äh, noch ein bisschen Stein mitnehmen. Dann brauchen wir auf jeden Fall das und das. Und davon brauchen wir auch nochmal ein bisschen mehr. Zack. Und dann machen wir hier draußen nochmal Zäune. So, das dürfte reichen eigentlich. Die Axt brauche ich gleich erstmal nicht. So. Gut, Erde haben wir auch dabei. Alles fresh. Dann brauchen wir aber noch einen Eimer, wegen Wasser. Ähm. Machen wir mal den Bogen kurz raus. Aus der Leiste, damit wir unten alles drin haben. Und, ja, da müssen wir... Ich mache erstmal kurz. Nein, ups. Au. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal anders bauen. Da muss mehr zwischen, mehr Platz zwischen sein. Wenn ich da drin jetzt... Wenn ich drei zwischen mache, drei... Ich muss... Wir machen mal die komplette Farm, bauen wir erstmal um. Und das mit dem Kaktus, das geht einfach so nicht. Das können wir so nicht machen. Das ist einfach... Ne, das können wir so nicht weiterhin machen. Ist nicht gut. Beim Abbauen klatschen wir da immer wieder gegen. Das ist, ähm... Das ist scheiße. Machen wir hier drin zwei Platz, würde ich sagen. Erstmal kommt das raus, das raus. So, dann kann ich den hier auch mal entfernen. Die ganzen Steine meine ich jetzt, allgemein. So. Habe ich mir überlegt... Also jetzt gerade. Ganz stumpf. Das muss auch noch raus. Das muss weg. Das. Das. Dass wir dazwischen drei machen. Also... Drei längs. Frei. Dann brauchen wir aber noch ein bisschen Holz... Dings, ne? Holz Slabs. Genau. Ach ja. Bisschen Sand. Ich habe jetzt so gedacht, ja, komm, ist besser. Wenn wir noch ein bisschen Sand auch gleichzeitig dabei haben. Äh... Nehmen wir mal... Das mit. Das dürfte reichen. So. Ich habe immer noch keine neue Maus bestellt. Das heißt, die Fails dürften immer noch vorkommen. Ja. Tun sie auch. Instant. Wenn ich es erwähne. Wenn ich es erwähne. Äh... Jetzt brauchen wir die Axt doch noch. Das brauchen wir nicht. Das Schwert brauchen wir gerade nicht. Danke für die Slabs. So. Eigentlich müssten wir den Glowstone auch noch raushauen, oder? Obwohl. Hier. Kommt dann... Das noch eben. So. Und den Sand brauche ich dann. Den Kaktus brauche ich nicht. So. Genau. Dann kommt... Ne. Das passt mit dem Glowstone. Das passt doch. Das ist super. Das ist schön. Zack und zack. Hätten wir die ersten schon mal. Hätten wir hier noch frei. Dann kommt hier als nächstes einer hin. Zack. Dann müssen wir das dann hier halt auch noch erweitern. Einmal. Ähm... Hier auch noch einmal weghauen. Und hier am besten auch noch. Genau. Da wird man hier noch lang gehen kann. Aber... Ich hab das ein... Zu früh... Äh... Zu weit mittig gemacht. So. Müssen wir das hier machen. Zack und zack. Dann haben wir hier drei frei. Ne. Zwei frei. Ja. Zwei frei. Und hier... Hauen wir das dann hin. Genau. So. Gut. Dann hätten wir das. Dann ist der Glowstone doch leider falsch. Oder? Dann müssen wir den Glowstone... Na. Wohl. Eigentlich können wir dann... Ist dann vielleicht ein bisschen Glowstone-Verschwendung. Aber dann hauen wir... Hier Glowstone rein. Haben wir hier drei frei. Obwohl... Nein. Wartet. Wartet. Nur hier Glowstone. Und die beiden... Löcher. Kommt der wieder weg. Und das muss weg. Eigentlich wollte ich mich nur um das... Äh... Um die Felder für Kartoffeln und... Karotten kümmern. Aber... Egal. Wir kümmern uns heute komplett nur um die Farm. Zack und zack. Genau. Haben wir drei frei. Dann kommt hier später einer hin. Und... Dort... Hey Andy. Was geht? Nichts? Okay. Finde ich cool. Mann, meine Maus ist es. Ich brauche unbedingt die neue Maus. Ich muss mir unbedingt eine bestellen. Kann ich aber erst... Nächsten Monat wahrscheinlich machen. Äh... Slap. Gut. Dann muss das hier frei. Das kommt weg. Und... Das kommt weg. Kannst du mal weggehen Enderman? Keiner mag dich. Wo bist du hin? Ach da hinten. Ach da hinten kannst du chillen. Das ist okay. Sagen wir nicht in meiner Nähe bist. Alles gut. Vor allem Moment. Ich habe halt gerade versucht darauf zu achten, dass ich nicht so viel Zuckerrohr wegklatsche. Also jedenfalls hier aus diesen unteren Ebenen nicht. So. Ist der Rest schon wieder nachgewachsen? Alter Vater. Äh... Was hatte ich denn drin? Mein Essen, genau. Ich will mein Essen auch gerne wieder haben. So. Äh... Ähm... Dann müssen wir hier aber nochmal was ändern. Und zwar das hier. Kommt weg. So. Dann würde ich nämlich sagen... Zack. Kommt das hier hin. Das dort. Hat man da noch einen weiteren Weg? Genau. Das gleiche kommt dann hier auch. Wo habe ich das? Hier kommt das weg. Okay. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Zack und zack. Und... Zack und zack. Schön. Dann, ähm... Haben wir jetzt... Vier Reihen eigentlich, ne? Eigentlich... Aber wohl machen wir noch zwei weiter... Zwei Reihen weiter ran. Dafür muss ich aber den hier einmal weg machen. Und... Hier unter weiter bauen. Äh... Gut. Zack. So, äh... Drei hatte ich dazwischen frei, ne? Genau. Eins, zwei... Drei. Dann kommt hier... Ne, warte. Dann kommt hier... Sand rauf. Dann mache ich nochmal eine Reihe frei. Drei. So. Dann einmal... Bitte bis hier drüben. Zack, 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 zack. Ich brauche mehr Cobblestone. Ei, ei, ei. Huh. Nice. Okay. Aber wir haben ja noch genug Cobblestone oben. Um einiges genug. Nehme ich den mal hier raus. Und... Hier drauf... Ja, hier drin hatte ich noch ein bisschen... Ja, zwei Stacks dürften eigentlich reichen. Ja, eigentlich... Eigentlich müsste das reichen, auf jeden Fall. Hier, die Grünfläche wächst auch schon langsam. Das ist super. Das ist sehr schön. So, das hier muss weg. Das, das, das. Zack. Und... So, gut. Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber... Hier kann schon mal einer hin. Und dann kommt hier noch Sand drauf. Genau. Zack. Ähm. Kommt das? So. So. Okay. Haben wir hier noch ein... Ne, haben wir kein Loch. Okay. Warum auch immer das dann nicht weiter... Sprudeln wollte. Weiter, weiter, weiter laufen wollte. So. Okay, das hätten wir. Zack. Ich muss halt dazu berechnen... Das hier muss auch nochmal alles weg, ey. Stimmt. Weil wir hier auch die Farben erweitern wollen. Ähm. Ah, hier ist, hier ist richtig. Okay. Gut. Ähm. Dann machen wir die Steine alle weg. Ich hab grad ein paar Frame-Einbrüche zwischendurch. Ja, es kommt wieder durch das ganze Wasser. Machen wir das mal eben... So, damit hier das ganze Wasser nicht mehr runterläuft. Weil das ist doch schon ein bisschen störend. So. So. Brauchen wir aber erstmal das hier. So, damit wir die Steine schon mal haben. Hier schon mal weiter lang führen können. So. Okay. Okay. Dann brauche ich erstmal noch eine weitere Fläche hier. Gut. Ich brauche noch mehr Stacks, ne? Mehr Stacks Stein wahrscheinlich. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Ähm. Ich hab immer einen Abstand, ne? Genau. Dann kommt... Ich kann schon mal Dreck da pflanzen, wo ich dann... Dings haben wollen würde. Zack, zack. Oh Gott. Diese Frame-Einbrüche gerade. Warum hab ich denn so mega Frame-Einbrüche? Ist ja schlimm. Zack und zack. Ne, da ist zu viel. Da ist zu viel. Scheiße. Ähm. Dann mache ich mal kurz wieder einen Slap hin. Aber. Da führt der Weg... Hier ist noch Wasser, glaube ich. Genau. Und hier muss ich dann den Weg weiterführen. Genau. Gut, 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 gut. Hier ist dann auch noch Wasser. So eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und dann ist hier noch ein Weg. Und hier ist dann Schluss. Gut. Gut, 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 gut. Hier ist dann aber auch noch Weg. Weg. Zack. Und hier ist dann auch wieder Schluss. So, dann hätten wir das schon mal. So die grobe Grundgröße. Ich brauche unbedingt mehr Stein. Ich hätte mehr Korbestom mitnehmen sollen. Zack, zack. Oh Gott. Wie viel Stein wir hier verbrauchen. Heilige Kacke. Lol. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Zack. Dann fülle ich das hier schon mal mit Erde auf. Zack, 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 zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf. So, da kommt dann überall Wasser rein. Kann ich die Cobblestone, ja die Slaps, kann ich auch schon mal wegklatschen. Äh, blablabla. Wieder wegklatschen. So, und den Slap auch. Dann brauche ich erstmal ein paar mehr Stacks. Stein. Und dann kann ich auch gleichzeitig, wie viel Cobblestone mit, äh, wie viel Dings mitbringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Glowstone mit, äh, noch mitbringen, genau. Ja, die Grünfläche wächst. Das ist schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und viel mehr Cobblestone. So, das dürfte jetzt aber reichen, oder? Ich weiß nicht, wie viel... Wir haben jetzt zwei Stacks dafür verbraucht. Ja, doch, das dürfte locker reichen, was wir jetzt an Stein mitgenommen haben. Zack, zack. Äh, es kommt dort und dorthin, genau. Zack, dann habe ich noch zwei übrig. Richtig. Richtig, richtig. Ich hoffe, das ist alles so richtig, wie ich das gerade baue. Ich hoffe, ich mache da keinen Fehler, sodass ich später wieder alles abreißen muss. Das wäre nämlich nicht so schön. Aber sieht eigentlich... Eigentlich sieht das richtig aus. So, dann brauche ich die Dinger erst mal. Obwohl, dann erst mal fülle ich hier alles mit Wasser auf. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Zack. 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 Ähm. So. Ich habe gerade Wasser ausgeschüttelt und gleichzeitig wiederbekommen durch meine Maus. Schön. Das ist super. Das ist echt fantastikös. Zack. 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 Dort noch hin. Dort. Ach, ja. Mit Wasser auffüllen ist immer super. Macht immer Spaß. Ich hätte hier erst mal vorher einen kompletten See machen sollen. Und... Na, egal. Das ist schon okay so. Zack. 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 Aber sieht... Sieht momentan noch richtig aus, wie ich das hier alles gebaut habe. Sieht momentan echt richtig aus. So, ich brauche hier oben Slabs. So, dann brauche ich da zwei Cobblestone. Hier wieder Slabs. Hier wieder Cobblestone. Dort wieder Slabs. Zack. Zack. Da wieder ein paar Cobblestone. Slabs. Ich finde, das sieht auch schon ein bisschen besser aus jetzt mit der Farm. Vorher war sie so eintönig. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Stil drin, finde ich. Durch die... Ja, durch die ganzen... Durch die Erweiterungen hier. Dadurch, dass jetzt nicht mehr eine gerade Linie so gesehen ist. Sondern halt... Ein paar mehr... Schwingungen. Schwingungen drin hat. Also, der Symmetrie halber mache ich hier auch nochmal Cobblestone hin. Ja. Ja. Das ist besser. Das ist super so. Ähm... Ich brauche die. Davon brauchen wir auch unbedingt mehr, glaube ich. Davon brauchen wir definitiv mehr. Aber wir haben ja oben noch genug Holz. Also, so ist es nicht. Ein Holzmangel... Nee. Holzmangel werden wir nicht haben. Deswegen. Zack. Schön. Dann hier weiterführen. Zack. Zack und zack. Und schon. Schwapp. Yeah. Krass, Mann. Wow. Yeah. Nice. Gut. Dann hätten wir das. Ähm... Die Seite zumindest. Dann können wir da schon mal... Zäune draufklatschen. Davon brauchen wir auch definitiv noch mehr. Das wird so nicht reichen. An Zäunen. Oh. Ich dachte gerade, ich fall da runter. Zack. So. Wie lange nehme ich es auf schon? 17 Minuten schon. Ah, ja, ja. Wir haben gerade mal die erste Seite fertig. Wow. Ich hätte jetzt gedacht, die Farmerweiterung dauert nur so zwei, äh, so ein Part. Aber okay. Wie es aussieht, dann doch nicht. Sondern zwei. Heiliger. Hab ich jetzt... Ich hab das echt nicht erwartet. Aber gut. So, dann würde ich sagen, kommt hier definitiv eine Fackel rauf. Dann dort. Immer schön ausleuchten. Immer schön ausleuchten. Ich hab keinen Bock, dass hier so viele Monster spawnen. So, ähm... Ja, dann hätten wir das. Fehlt jetzt die Seite. Das heißt, das alles nochmal abroppen. Zack. 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 Ach, ja. Bis wohin? Bis... Hier hin. Ja. Gut, dann kommt hier, ähm... Slap und Cobblestone, bitte. Zack. Nein. Zack. Zack. Ich bräuchte Essen. So, dann mach ich erst mal die Seite, ne? Ja, hier muss jetzt drei wieder frei sein. Ich muss wieder einen runter, ne? Genau. Ich muss hier nur noch einen weiter runter. Oh, Mensch. Ähm. So. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Das heißt, ich mach das mal so. Sodass da kein Wasser durchkommt. Hier ebenfalls nicht. Genau. Und da... soll auch kein Wasser durch, bitte. Das rupp ich dann später wieder alles raus. Ho, ho. Ich hab das Slaps in der Hand. Hoi, hoi, hoi. Kannst du mal... Danke. Ähm. So. Toll. Auch wieder Slaps rein, bitte. Zack, zack, zack. Zack. Kann ich das? Ja, das krieg ich hin. Okay, nice. Und... dort bitte auch nochmal. Scheiße. Schachter. So. Jetzt hab ich da ganzen... Mann. Sogar mein Mausrad spinnt mittlerweile. Das ist ja richtig zum Kotzen. Oh, Mensch. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Hier kommt dann das rauf. Und hier der hin. Scheiße. Hö. Nice. Dann hatte ich einen frei. Und dann schon gleich wieder die Erhöhung. Genau. Das heißt, hier ist einer frei. Und dann schon gleich wieder die Erhöhung. Super. Zack. So, hier führt die Erhöhung gleich weiter. So. Okay. Sand und Sand. Genau. Mehr Cobblestone, bitte. Gut. Und hier hab ich das ja dann... Hier ist normaler Weg. Dann kommt... Hab ich da schon gleich Dreck? Ja, hab ich. Okay, gut. Dann kommt hier... Dreck. Da war da eins. Genau. Dann hier zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und Weg. Und... Rand. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen... Das mach ich jetzt nicht mehr in dem Part fertig. Das machen wir im nächsten Part fertig. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Das ist ein Problem. 20, Vor mir. ended. Aber ich mich werde mehr. Ja...